Hallo, Test, Test, Test 2. Lüg nicht. Nein, ich dusche wirklich. Ich habe heute Morgen geduscht und krass. Das habe ich Bilder im Kopf. Auch schön weich. Ich bin viel krasser. Ich habe mir gestern die Haare selber geschnitten. Ohne Scheiß. Mega. Mach doch einen Beauty-Channel auf, Mann. Habe ich wirklich vor, aber für Männer. Flo, mach du doch einen Beauty-Channel auf. Ich will nicht zu viel verraten, aber es wird schon ziemlich cool. Ja. Den wollten wir doch zusammen machen. Du kannst übrigens auch mitmachen, wenn du möchtest. Du kannst zeigen, wie man richtig Käppis trägt und so. Du kannst zeigen, wie man sich die Augenringe wegschminkt. Spassi. Falls euch wundert, warum der Sound so gut ist. Bojan. Bojan regelt. Bojan regelt. Bojan sorgt dafür, dass der Rest des Centers sich denkt, was zur Hölle ist hier los? Und man beachte seine wunderschönen Haare. Was mache ich hier zu Bojans neuer Frisur? Ja, kann man. Siehste? Glaube ich ja nicht, nicht so gut. Hi, Yoshi. Wir finden es auch sehr, sehr geil. Ist egal. Wie sieht Lisa in so einen Stier-Nacken von Marcus Felix aus Gears of War, damit identifiziert. Ah, muss töten. Ist ja eine Rolle. Lisa muss töten. Und du so. Also, nein. Aha. Nicht so laut. Ain't need an card, an and card, an and card is for de ne. Hey, hey. Ain't need an card, an and card is for de ne. Hey, hey. Da unten sind noch zwei weitere Videos. Und da drüben könnt ihr abonnieren. Oder andersrum. Ich kenne den Text nicht mal. Die haben uns nicht verraten. Einmal, dass ihr alle I Need an Encard singt. Ihr könnt da nicht so schön rumsitzen. Eins, zwei und eins, zwei, drei Fingern. I Need an Encard, 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 Encard. I Need an Encard, Encard, Encard. Und wenn ihr mehr von ReusenTV sehen wollt, da oben ist der Ich Bin Blank Tag. Und hier drunter unbedingt hinklicken, abonnieren, nicht vergessen. Bis dann, bleibt dran.